Ich bin Kevin Kühnert und seit zwei Monaten mittlerweile in meinem Wahlkreis Berlin-Tempelhof-Schöneberg sechs Tage die Woche von Tür zu Tür unterwegs. Mit meinem Team zusammen haben wir hier schon an über 30.000 Türen geklingelt, denn unser Ziel ist es, uns persönlich vorzustellen. Wir glauben daran, dass in einem digitalen Zeitalter mit multimedialer Berieselung von allen Seiten es extrem wichtig ist, diese Hürde zu überwinden und zu sagen, Hallo, wir machen Politik von Mensch zu Mensch und das machen wir heute in Tempelhof. Hallo, schönen guten Tag, wir sind von der SPD in Tempelhof und wollten fragen, ob wir uns für die Bahn jetzt noch vorstellen dürfen. Ja, alles klar, mein Name ist Kühnert, denn der Bundestagskandidat von Tagdaten sind. Wir sind von der SPD in Tempelhof und stellen uns gerade für die Bahn im September vor. Ich wollte von der Informativen da was hintersehen. Mein Name ist Kühnert, ich bin der Bundestagskandidat und den Tag da sind drin, sagen Sie immer gerne Bescheid. So, wir waren jetzt zwei Stunden unterwegs, haben an 131 Türen geklingelt. Davon sind auch eine ganze Menge aufgegangen. Es sind immer so grob 40 Prozent, die sich öffnen und die Stimmung war extrem gut. Man merkt einfach, die Wahl kommt jetzt näher. Es sind auch knapp mehr als fünf Wochen. Die Leute fangen an, sich zu beschäftigen. Bei uns in Berlin sind auch die Ferien vorbei. Es sind wieder die Familien da, die vorher im Urlaub gewesen sind und man kommt jetzt mehr über Politik ins Gespräch. Macht großen Spaß. Ich will jetzt hier noch 50.000 Türen insgesamt bis zum Ende der Wahl schaffen und das kriegen wir auch hin.